Eint wird nicht angegriffen. Vergesst nicht, wir haben es nicht mit normalen Gegnern zu tun. Team 1 rückt von Südwesten vor, Team 2 rückt von Norden vor. Ist die Aufklärung abgeschlossen, treffen wir uns und warten auf weitere Befehle. Ja, ist doch. Okay, sattelt die Hühner. Oh Gott, Intervall 02, die Einführung, die erste Begegnung. Na gut, dann machen wir mal weiter. Ich glaube, wir müssen das nicht alles immer vorlesen. Und da sind die Soldaten auf dem Weg nach Afghanistan. Ohne... LOL. Die haben keine Probella. Die Einführung, hm. Oh ja, alle raus hier. Los! Mal schauen, wie wir hier den Kopf durchschießen können. Da sie die Vorhut sind, versuchen sie doch mal das Tor zu öffnen. Ich würde einen meiner Jungs schicken, aber wir brauchen hier wohl einen Spezialisten. Trau dir nicht gegen mich aufzuhörten, du... Das ist der kleine... Das ist mit weg. Die Vorsteuerung schon gefunden? Na klar, das ist doch. Weißt, ich bin ja auch so schnell. Low das Seile, okay. Die Flugzeuge sind fort. Da haben wir New York, Paris und Athen. Scheint aber wohl hier irgendwo nicht zu sein. Da kommt man wahrscheinlich auch nicht durch. Na los, wir haben nicht ewig Zeit. Ah, Mensch, na. Lass mich mal hier... Ah, ich muss mal schauen. Na geht die Treppen hinauf. Gehen wir mal runterwärts. Haben wir denn hier schon mal... Uh, Booster. Ah, verbessert ihre Reflexe dauerhaft. Yeah, man. Das ist ja mal hammer. Nice. Okay. Alles in Ordnung. Schon mal, wir haben eine Waffe, aber wir brauchen sie jetzt noch nicht einzusetzen. Das ist... Komisch und... Da ist mal eine Katze drin, oder? Katze, 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 Katze. Gesperrt. Wie schaffen die das überhaupt alles so reinzubekommen? Ich würde hier... Wie rein hier? Hallo? Iiii. Iiii. Eine Tasse. Ja, wenigen Kaffee trinken, so und da hat doch so... Da hat doch gerade die Überblick. Schauen wir den da an. Volkslongo, du Schu... Schwein. Panning to plan. TPS report. Okay, das ist wohl eine... Das Zeichen ist wohl... Steht für das hier alles, für die... Marke. Komm her, du misswig. Du bist doch gar nicht tot. Gut gemacht. Dann mal wieder zurück. Dann mal wieder zurück, ich will wieder auf ein Fenster springen. Was zur Hölle ist denn das? Da drüben! Vorsicht! Alter! Ihr kommt ja schon! Wartet, Jungs! Was ist das? Was ist das? Das ist ein Zollloch. Höhöhö. Hallo? Wow. Meine Schwester, bist du es? Situationen, das Status unbekannt, keine Meldung von den beiden Teams und die Vitalwertmonitore des vier Teams sind offline. Interferenzen verhindern Satellitenaufklärung. Missionen, überlebende Einsatzagenten sollten versuchen zu einem gemeinsamen Treffpunkt zu kommen und das Einsatzgebiet zu verlassen, bis Verstärkung eintrifft. Treffen Sie sich mit Jankowskis Team. Ja, ob Jankowskis überhaupt noch lebt? Ich weiß nicht, ist es da überhaupt? Ne, lebst du noch? Oh, mh. Alter! Ah! Alter, ich bin jetzt wirklich erschrocken. Leck mich am Arsch. Ich hab keinen Bock. Oh, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Sie fangen an zu schießen. Alter. Ja. Oh. Lebst du noch? Entschuldigung, hallo. Es tut mir doch leid. Oh. Komm, Hände auseinander. Ich will dich sehen. Alter Verwalter. Alter. Scheiße. Alter. Boah. Verdammte. Mist. Ah. Kick mich nicht, du. Wo bist du, ja? Bam. Und down. Boah. Warum mordet ihr? Boah. Was hast du für Krüppeldinger? Geh weg. Alter. Alter. Geh weg. Alter, was ist denn hier los? Hilfe. Alter. Nee, sag mal nicht, der ist da irgendwo oben, oder? Was ist das für ein vergribbeltes Spiel? Geil. Boah. Jetzt. Alter. hier durch von der seite hahaha das ist das hier alles nichts wichtiges nein schade dass wir jetzt oben aber was war das ich glaube arme die peck als kaputt machen und die tür zu machen soll das noch ist da nichts versteckt dann halt eben nicht dann gucken wir mal da noch mal und hallo kann doch mal ach so nein nein ja ja ich bin doch davor und hier noch so und schauen wir mal durch ich auch hier kommen runter mit los was tickt vorhin kommen kein checkpoint wir brauchen was war mit ihr was hat noch mal gesagt wenn die jetzt auch wieder so um meine waffe links oder hier rum mit immer mal nach rechts war mir doch nicht schon nö aber wir haben ja auch eine Pistole auch schön ich kann nicht dann die Waffen wechseln ach so und das ist ja mal geil mein ooox kuleik will spielen War's das schon? Hör da, warte mal. Komm bloß her. Alter, der ist nicht tot. Verdammte Scheiße. Wo bist du? Da, dann komm her. Komm, wo bist du? Komm, du Feigling. Und jetzt? Und jetzt sagst du nichts mehr, oder? Jetzt sagst du nichts mehr. Da ist wohl nichts versteckt. Nein, oder waren wir da drin schon? Ach ja, stimmt. Okay. So weit, so gut. Unsere Rüstung schaut nicht mehr so ganz wie neu aus, aber wir haben trotzdem schon viel geschafft. Und ich bin erleichtert, dass wir schon so viel geschafft haben. Überhaupt. Was ist das? Spruchlicht. Hallo? Hallo? Alter, was für krüppelst du da? Können wir nichts machen? Entschuldigung, das werdet ihr wohl wahrscheinlich oft hören. Der zuckt noch ein bisschen. Entschuldigung, ich bin ausgerutscht. Haben wir da noch was? Pupst der? Ne. Boah. Ja, doch, aller. Ah, Granaten. Dann werden sie dann beim Offer aufleben, das Ziel detoniert. Mercedes, da haben wir noch Medipack. Medipack, natürlich. Mit C war das, ne? Also, das geht irgendwie nicht. Achso, mit G, Entschuldigung. Komm her. Einmal. Ha, Entschuldigung. Alter, wo denn der jetzt hin? Ich wollte doch nur spielen. Komm wieder her. Mehr habt ihr nicht zu bieten, oder was? Kommt. Hätte man doch nur auf Normal stellen müssen, oder Mittel. Aber wir hatten ja keine anderen Mittel, leider. Was für Deutsch. Ich helfe dir. Du wirst leben. Du wirst leben. Nein, das wäre ein Gewehr. Oh, die Grafikkarte. Auch nice, sogar Monitor. Ja, Spiel und Fußball. Komm, komm. Lass dich bewegen. Schade. Haben wir da noch irgendwas? Irgendwas in den Regalen? Nein. Okay. Ah, hier kann man aber rein. Mein, 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 mein. Granaten und so. Das ist schön. Aber ich glaube, das heißt auch, dass es wieder viele Geballer gibt. Um da hinzukommen, wissen wir wahrscheinlich sich... Okay, da waren wir eigentlich schon. Okay, der ist tot. Granate. Da haben wir noch eine Waffe. Und sonst haben wir nichts da, oder? Nein. Das ist unsere... Ne, ne. Oh. Sie haben eine neue Nachricht. Ja, hier Jet von der Buchhaltung. Niemand weiß, was los ist, aber wir haben jede Menge laute Geräusche gehört. Wisst ihr Jungs da drüben was? Ende der Nachrichten. Vielen Dank. Ah, lol. Ach so, wir müssen jetzt auf die andere Seite rüber. Und das geht das wohl nicht, leider. Oh, oh. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Es war, äh, eine misslige Lage. Entschuldigung. Der lebt noch. Komm, bitte nicht wieder, lass da nichts hervorspringen oder sonst irgendwas. Checkpoint wird gespeichert. Da haben wir eine Ausrüstung, Helden. Aber kann man, glaube ich, nicht ansetzen oder so. Oh, doch. Oppala. Entschuldigung. Da haben wir wieder neue Sachen und, ähm, schauen auch wieder gut aus. Und wir haben eine neue Waffe, oder? Ne, ne. Die scheint nur so neu zu sein. Hier warten wir. Ne, doch nicht. Okay. Geh mal weiter. Okay. Geh mal weiter.